Hallo Leute, hier ist wieder euer Leon Sassoro, zurück mit irgendwas, ach genau, hier ist der Kanal von SeraphonLP, meinem besten Freund von allen. Und seht mal hier, da bin ich sogar selber und ein paar andere. Und er hat 100 Abonnenten, was er sich ja lang schon ersehnt hat, erwünscht hat, nie geglaubt hat, dass es so passiert. Das können wir ihm natürlich nicht. So, SeraphonLP hat also 100 Abonnenten, jetzt nicht mehr. Wenn das denn mal lädt. Ja. Ähm, er hat immer noch 100. Hurra. Was ist das für eine Scheiße? YouTube? Verarsch mich nicht. Abonniere ich ihn mal eben wieder, nicht, dass ihn irgendwie... Nicht, dass da irgendwie nur ihn jemand abonniert hat und so weiter und ich mich jetzt hier... Nee. Ja, toll. Seraphon, du wirst ewig 100 Abonnenten haben, man kann das nicht mehr ändern. Wieso aktualisiert das das nicht? Das ist doch bescheuert. YouTube ist so scheiße geworden, man kann doch nicht mal so einen alten Witz bringen. Naja, ciao. Ja. Awesome. Vielen Dank.